Was ist die Digitalisierung aller Lebensbereiche? Und Gefahren zu sehen und dafür Lösungen zu entwickeln. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fordert hier viele Projekte einzelner Forscherinnen und Forscher, aber auch große Verbünde, wie etwa das Schwerpunktprogramm Mediatisierte Welten, das den Wandel der Kommunikation in Medien und Gesellschaft untersucht. Aber nicht nur die Gesellschaft, auch die Wissenschaft selbst verändert sich mit der Digitalisierung. Es entstehen neue Forschungszweige, neue Arbeitsweisen und neue Formen der Zusammenarbeit. Forscherinnen und Forscher aus aller Welt können sich viel besser vernetzen und dank der neuen Technologien Daten und Ergebnisse weltweit verfügbar machen. Davon profitiert die Wissenschaft enorm und die DFG unterstützt diese Prozesse an vielen Stellen. Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr sieben Forschungsprojekte, die die DFG mit rund 17 Millionen Euro fördert, unserer Einladung gefolgt sind und ihre Arbeit auf der MS-Wissenschaft vorstellen. Sie betreffen alle sehr aktuelle Themen. Einige der Exponate beschäftigen sich mit der Frage, welche Auswirkungen die wachsende Nutzung der digitalen Medien hat, zum Beispiel im Vergleich der Generationen, aber auch mit Blick auf unser Konsumverhalten oder auf unser politisches Engagement. Bei anderen Exponaten geht es um die Nutzung des Smartphones, zum Beispiel um die Frage, ob das ständige Online-Sein mit dem Handy zur Sucht werden kann. Das untersucht ein Forscherteam aus Bonn und es hat dazu auch eine neue App entwickelt, mit der man die eigene Handynutzung überprüfen kann. Ein Team der Universitätsklinik Reifswald erforscht, ob der Einsatz von Mobiltelefonen die Behandlung von Langzeiterkrankten verbessern kann. Und dann geht es auch um das Thema Vertrauen. In der digitalen Kommunikation ist Vertrauen besonders wichtig und besonders gefährdet. Das zeigen nicht zuletzt die derzeitigen Diskussionen um die Datensicherheit. Ein graduierten Kollege aus Münster hat in einer deutschlandweiten Umfrage untersucht, wie und warum Menschen Vertrauen entwickeln. In der Ausstellung kann man seine eigene Meinung dazu testen und mit den Forschungsergebnissen vergleichen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben für die Ausstellung wirklich tolle Exponate auf die Beine gestellt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei allen bedanken. Vor allem wollen wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermutigen und unterstützen, in der Öffentlichkeit über ihre Arbeit zu sprechen und mit den Menschen in einen Dialog zu kommen. Das wird immer wichtiger, weil Wissenschaft unseren Alltag und fast alle Lebensbereiche zunehmend stärker prägt. Die Menschen wollen verstehen, wie die Wissenschaft dazu beitragen kann, unsere Lebensbedingungen zu verbessern und Probleme zu lösen. Aber auch die Wissenschaft profitiert von diesem Dialog. Wenn die Menschen wissen, woran geforscht wird und wie die Wissenschaft zu ihren Fragen und Erkenntnissen kommt, sind sie auch bereit, die Wissenschaft zu unterstützen. Schließlich stellen Bund und Länder der Forschung viel Geld zur Verfügung, rund 2,8 Milliarden Euro jährlich allein über die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Da muss die Wissenschaft auch etwas zurückgeben. Und nicht zuletzt geht es auch darum, junge Menschen für die Wissenschaft zu begeistern, denn die Forschung braucht den Nachwuchs für die drängenden Fragen von morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017